Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dragons Dogma mit Chris. Wir haben jetzt hier noch so ein paar Wege Lager gefunden und die werden wir natürlich ausschalten. Ach fuck. Ja mach mal Feuer. Ja. Das ist wirklich Wege Lager. Ja. Oh, Schütze dahinten geht mir um den Sack. Ja. Halt auf. Halt auf um mir rumzuhauen. Alter. Also bin ich hier hin zu schnell tot gewesen. Da hab ich nicht aufgepasst. Da hätt ich ein bisschen mehr auf Abstand gehen müssen. Was? Nicht alle Monster sind niederen Verstands. Manche Stellen fallen. LOL. Okay. Oh guck mal. Hallo. Idiot. Was? Was? Die Wölfe. Wölfe am Arsch. Ich will keine Wölfe, ich will die Typen da angreifen. Magia muss das Test an glauben. Oh Gott, wie ist es jetzt schon wieder dauernd? Boah, Alter! Also einmal in die Nahkämpfereien. Das geht ja gar nicht. Achso, die Wölfe sind an angekommen, jawoll. Achso, der Typen scheint richtig Damage zu platten. Also der Typen scheint richtig Damage zu platten. Achso. Achso. So Lilly, komm ran. Jetzt noch die Wölfe. Oh ne, ist noch einer. Okay, der ist nicht mehr da. Äpfel! Ein Rift spielte. Okay. Das sind halt hier. Das sind halt hier. Die Säure und die Wölfe sind immer wieder ab. Komm, richtig. Ich will hinterher. Was ist das? Hm, was ist das? Ich nehme das. Ja, gut, das sollte Mitte Wölfe gewesen sein, komm, weiter, weiter. Okay. Ja. Oh, da ist er denn. Oder sie, sie will nicht mit uns reden, ach man, ach doch, ja doch nicht, schade. Kill what? Oh, come on. Oh, come on. Wieder so'n Magier. Der muss echt zuerst drauf gehen. Oh, entschuldige. Hehehehe. Nichts könnt ihr. Obwohl die Lilly ja schon ziemlich im Arsch ist, muss ich sagen. Ich gehe mal lieber ihre Wunden. Hat die denn schon nix mehr oder wat? Oh. In der Tat nicht. Das ist noch hier Kram für Ausdauer. Mh, haben wir noch mehr für Gesundheit. Eigentlich kannst du alle haben. So. Ja, wir sind alle ein bisschen angeschlagen, wa? Was? Achso, da sind mehr. Da ist einer von den, von den Waffen. Oh, okay. Wölfe? Oh, du mein Freundchen. War halt jetzt da. Du bist motivation. Multi- dział. Pfeif zu. Du Da war schon ein bisschen mehr dran. Blümchen! Ja, danke für die Hilfe, Jungchen. Ich wünsche, die Dämonstern nicht mehr haupten die Straßen. Es ist nicht weit weg. Der Meer ist näher als ich... Der Weg ist hier. Lass uns sicher sein, welcher wir uns zu unserer Bestimmung sehen. Lalalalalala... Lass mich verarschen? Wie ich spät aufgewacht hatte und ein bisschen gedauert, bis ich hier war. Wir machen für die Kapital-Männer. Wie wir uns nicht, die Karte wird Gehäste über den Weg. Bleib vigilant! Oh-oh. Aber schau nicht. Wir gehen mit dem Arisen. Schlager der Hydros. Ja, hält mal den Ball flach. Lass uns gehen! Ich habe gelernt, was zu tun mit diesem Ort zu tun. Halt die große Strecke. Halt den Auto! Schützt das Fuhrwerk! Oh, das kann ja spannend werden. Ach, Mann. Ich würde mich gerne da drauf stellen und noch mit den Pfeilen von ausschießen. Piu-piu! Und das erste würde ich gleich mal machen, wäre das neue Waffen kaufen. Aufleveln. 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 Was ist denn das denn? auch hier oder ist aber wohl lukest draufgegangen ja ich komme sofort es wird wahrscheinlich auch kein heilzeug mehr was liegt denn da so rum dann gucken wir direkt mal hier wird mit dem ne wo könnte auch noch ein zeug ja völlig egal was hat es einfach mitnehmen da kommt schon wieder so ne immer runter boah ey nur mal runter da ja 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 ja